Musik So meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Chernobyl Lied So, jetzt habe ich gerade wunderschön eine 30 Minuten Aufnahme gemacht und habe natürlich vergesst das Bild nicht aufzuzeichnen Herzlichen Glückwunsch Tomji, du bist der Beste Ja, so, wir haben jetzt den nächsten Strahlungsdingens hier gebaut Damit ist unsere Luft hier ziemlich sauber Wir haben in der letzten Folge, das man leider nicht sehen konnte Danke Tomji, du bist dumm Hatten wir ein paar Kurläufer, glaube ich, erwischt gehabt Der hatte uns irgendwas von einem Rattenkönig erzählt Den werden wir nochmal uns irgendwie zur Brust nehmen Derweil habe ich meine, ich hatte ja derweil geräuchert in der Aufnahme Und habe mir meine Finger verbrannt, weil ich Gedanken verloren an den Krieger gegangen bin Alles klar, Tomji Bisschen doof bist du schon, oder? So, hi Püpex 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 Er ist die Frage Püße Kunde Wir haben Was Püße Was Wir haben Püße Püße Jetzt in einer gewaltigen Kugel-Kurbel und ich dachte, dass sie vielleicht eine solche, eine gewaltige Gespräche von einem Runde. Vielleicht ein Runde? Ich habe gesagt, dass sie in der Kugel-Kurbel hat sie sofort eine Kugel-Kurbel hat. Sie sagen, dass sie so viel oder ich werde schreit. Aber Mischu so leicht nicht empfiehlt. Er ist noch ein Baber. Insofern, er schlappel und sagt, прекрасная Frau, подарите mir nur ein beschenk, und ihr habt ihr noch wird die ganze Kartoche der Welt. Das ist eine Geschichte. Und was ist dein dein Lieblings-Dies? Ja, das ist eine Sprechung, oder so. Achtet ihr angemacht, Kammer? Nö. Okay. Sieh dir... Trainieren kann man mit denen? Was kann man mit ihnen denn trainieren? Kannst du mich lernen, zu leben in der Zone? Das ist ein Problem. Das hast du sehr cool gemacht, Igor. Ich versuche es. Spiele für die Träume und Gryphos, die Erkrankung, die Erkrankung, die Erkrankung, die Erkrankung, die Erkrankung und die Erkrankung. Ich habe keine Erkrankung von diesen Erkrankungen in dieser Idee gemacht. Sammeln, Überlebensinstinkt, Fassungsvermögen. Oh, das ist gut. Machen wir das. Finde ich gut. Fassungsvermögen finde ich richtig sinnvoll. Hatte ich ja schon die ganze Zeit danach umgeschrieben. Stellt euch mal vor, Boah, das ist mir wirklich so im Krippjagd. Die Leute leben dort und kämpfen da ums Überleben und bringen Touristen durch die Gegend und zeigen ihnen Scheiß Überlebende mit. Glaub ich nicht. Aber eine geile Idee ist. Ich weiß, das ist nicht so gut, wie Ja, das ist schlimm, das kann nicht schlimm, ja. Okay, das war sehr viel Geschichte. Ähm, was machen wir jetzt? Ah, okay, nichts. Oh! Oh, ja, gut, danke. Äh, nur so ein bisschen. Aber immerhin, so, das könnten wir dann ablegen. Warte, lass uns das, 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 äh, ihn geben. Scheiße, Alter, wenn man sich die Flossen verbrennt, ey, Finger, ey. Immer Arschenswerden. So. Wer hat ihn das hier geben? Das packen wir hier wieder rein. Sehr gut. Sehr gut. Und die Revolvermunition packen wir erstmal weg. Oh, das tut richtig weh, Alter. Scheiße. Weil ich mir die verkackten Flossen verbrannt hab. Oh. Oh, oh, oh. So ein Scheiß. Das tut richtig weh. Eben gerade ja passiert, ne? Aktuell. Oh. Tom, du bist, du bist total dumm. Den tun wir auch nochmal hier eben flott rein. Der Rest der Motivation hier rein. Den Revolver haben wir dabei, ne? Zehn Schuss sollten wir auf jeden Fall dabei haben. Maske. Ich denke mal, eine Maske reicht. Also ein Filter. Das, die Getränke. What girl? Was ist das? Ich denke mal, die Mechanicale können wir da hinpacken. Ich glaube, es sollte reichen erstmal. Okay. Das glippelt hier so, ne? Okay. Heie Butzele und dann weiter geht's im Text. Cool. Auf jeden Fall haben wir schon mal unsere erste Erweiterung geschafft. Wir haben aber immer noch keinen neuen Typen dabei. Folgedessen, wir müssen diesen Überfall auf das Atomkraftwerk erstmal vertagen. Da wir sonst, ähm, ja, nix haben. Wie sieht meine Kamera aus? Habe ich die nicht aus? Ja. Ne? Das ist es eben halt. Nächster Tag! So. Los sind, sind verbrannt. Aha. Wer ist da? Genau, den meinen wir. Genau, den meinen wir. Bahre ihn an. Falte dich höflich. Ja, ich weiß, dein Geist. Du bist der Mann, der ich in die Luft gejagt habe. Frag ihn, wie er dir helfen kann. Frag nach seinen Absichten. Ja, was kannst du mir предложen? Ich weiß, dass du das Ort und vorst. Ich weiß unsere敵er. Und ich kann dir sich über die Drache beschäftigen. In любой Drache. Wie ist denn das so ein предложение? Предположим, du mich interessiert. Was ist weiter? Wir treffen uns in zwei Stunden. Wir machen uns. Ich werde auf der Kaffee Pripied in Porto. Nicht zufrieden. Am Hafen also, okay. Ja, das machen wir. Hast du was zu erzählen an mir? Nein, hast du nicht. Das Radar haben wir in die Luft gejagt. Das eine zumindest. Ein Hafen Pripyat, wa? Guckt euch das mal an, wie wir das alles geändert haben. Mit Suchdingens und so. Sind die jetzt hier zu Gange. Aber ich finde nicht, dass das viel schlimmer geworden ist. Außer das Atomkraftwerk, das sieht schlimm aus. Das ist hier vorne das Café, wo wir unsere Tatjana getroffen haben. So, was geben wir dem für eine Mission? Wir müssen gucken, dass wir dem Oliver geben eine Mission, die er kann schaffen. Nein, nicht Igor. Den soll der machen, genau. 99 Prozent, das ist ja super für ihn. Medikamente abwurf, das könnten wir auch noch machen. Uh, 66 Prozent. Ich hoffe ja mal, dass er dafür gut genug in der Lage ist. Naja, wir sollten das ja schaffen, ne? Mission starten, Leute! Mission starten. Alter. Meine Fresse, ob ich damit zum Arzt soll? Mein ganzer Grill zeigt, dass er sich in meinen Händen hat. Genau, das ist das Café, wo wir Tatjana auch gesehen hatten. Bin ich mal gespannt. so, Dark 15 Hafen, Rippjahr. Ach, guck mal hier. Sollten wir auch noch mal einen kleinen Blick hier auf werfen. Ach, so? So hatten wir es noch nie hier gesehen, ne? Den fest. Hä? Und der ähnliche, oder? Kommen wir da gar nicht ran? Das muss doch da... Da müssen wir irgendwie ran kommen. Wenn... Das lächert mich jetzt schon so ein bisschen. Kommen wir sie. Ran an die Wurst. Uh! What? Okay. Da muss es doch irgendwie hingehen. Will ich haben und so. Naja, offensichtlich darf ich das nicht haben. Hört sich nach Chernobylit an! Pilze brauchen wir. Scheiße, das hat mich am meisten interessiert, was dort ist. Ja, hier waren wir schon mal. Moment. Da, langs. Ist die Stadt jetzt komplett in Gas eingehüllt? Und jetzt sind hier neue Fahrzeuge. Das ist kein gutes Zeichen. Lass uns da mal hin. Wo haben wir denn unser... Gasmaske auf 7? Oh! 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 Einfach mal, weil mich alles interessiert, ne? Moment. Da. Was ist außerhalb? Zu voll? Nein, 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 nein. Warum geht das nicht? Keine Ahnung. Vorsichtig, Tom, hier waren Leute. Jetzt ist aber doch alles grün. Wie viel Chernobylit. Haben wir das? Können wir das nicht verbrennen? Oh, oh. Oh, oh. Eine alte Rollstuhl. Ist schon ein bisschen episch aus. Aber aufgepasst, hier sind Gegner. Pilzeln. Letzteren Zeiten haben wir gelernt, dass Pilze... Nicht nur... Was? Warum lässt er die denn nicht... Wieso kann ich die nicht einsammeln? Hat das Spiel irgendwie so einen unerklärlichen Bug oder was? Ich kann keine Items mehr einsammeln. Was soll das denn jetzt? Wieso kann ich keine Items mehr einsammeln? Also, dieses Spiel ist so unfertig einfach. Scheiße. Naja. So, dann lass uns nach der Hauptmission gucken gehen hier. Das ist echt super schade. Ich find sowas richtig ätzend. Bei allen Spielen, die es gibt auf dieser Welt, find ich das scheiße, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ehrlich. Oh, reg ich mich auf darüber. Es kostet ja auch alles nur Geld. Nein, wir bringen ein halbfertiges Spiel raus und patchen das dann nach. Die Leute kommen schon damit klar. Jaja, am Arsch hängt der Hammer. Find ich nicht gut sowas. Mag... Oh, oh. Mag ich nicht haben. Dass wir das Café, wo Tatjana, gesehen haben. Eben mal ganz kurz. Können wir die Rüstung auch irgendwie reparieren? Irgendwas mit mechanischen Teilen oder so'n Scheiß? Wäre das möglich? Ich würde gerne... Kann ich das? Ne, kann ich nicht. Schade. Ich sollte reinkommen in den oder so'n Scheiß. Wisst ihr? Wisst ihr das? Ja? Nehmen, Schnellmenü. Kann man das reparieren? Verwenden? Ne. Okay. Aufgemerkt. Was ist hier los? Ich erwarte hier irgendjemanden. Wen könnt ihr hier erwarten? Das ist eine Etage öhre. Ja, das ist ein Kaffee und weiter öhre. Ah. Wow. Guckt euch mal auf einmal an, wie der ganze Schritt auftaucht. Was ist hier los? Irgendjemand steppt ihn auf diese Gegend. Das kann ich aufheben. Ah, da oben steht ne Zeit, wie lange die mich suchen. Wie viele sind denn das bitte? Die sind auf jeden Fall noch auf der Suche nach mir. Und ich möchte die ja nicht so sehr enttäuschen. Ah, da, da, da. Das war der Sergeant? Ja. Der war ja sehr ungefährlich. Habe ich jemanden geschossen? Jetzt geht natürlich wieder meine Einsammeltaste hier, ne? Komisch. Das ist echt manchmal sehr, sehr verwehrend. Warum das Spiel so tickt, wie es tickt. So, hier drinnen. Auf dem Dach. Wie kommen wir hier rauf? Können wir auch rein? Guck da. Oh, jetzt kommen wir. Auf dem Dach. Ja, wie kommen wir denn rauf? Ja, ich habe hier voneinander weg. Wo ist dieser Mann? Erf Meter in diese Richtung. Was? Das ist ein Lieserbrief. Okay. Du hast zehn Minuten, um den dritten Stock des Pripyat der Krankenhaus zu kommen. Ich beobachte dich also. Keine Schummlerei. Ach, du Scheiße. Ja, dann zeig an. Guck dir ab der Krankenhaus. Dass das, wo diese Gasgranate gezündet wurden, ist richtig? Dürfen wir jetzt nicht auf die Strahlenkrankheit achten. Aber zehn Minuten sollten wir es doch schaffen, oder Leute? Scheiß seid. Nicht mit den Leuten. Au. Ihr kriegt mich niemals leben. Boah, Alter. Warum bin ich jetzt so lahm? Hallo. Das ist auch keine Motivation mehr. So ein Dreck. Aufpassen. Ist da jemand noch? Scheiße, hab ich meine ganze Munition weggeballert hier. War ich überrascht, ne? Ist meins. Das hab ich hier hingestellt. Meinst du, dass, ähm, die zehn Minuten reichen? Uff. Wir wurden schon mal auf dieses Krankenhausdach raufgelockt und wurden dann verarscht. Dieser Scheiß-Aufgang hier. Wie gut, dass das Gas eben halt wirklich nur draußen ist. Was ist nochmal da links, ne? Geht da rüber, genau. Oh, oh, sagt er. Da haben wir. Da haben wir unsere ganze Motivation schon verschossen, ne? Hat sich nicht noch welche gemacht. Ja, aber es sind überraschend viele Leute gewesen gerade. Oh. Da war nix. Da können wir ja nix hoch. Da müssen wir auch. Naja, das machen wir doch schon ziemlich gut. Und da sind wir. Da la, da la, da la, da la la la. Hä? Willst du mich verarschen jetzt? Eine Etage tiefer? Wir sollten noch aufs Dach? Ach, komm schon. Na dann. Eben halt eine Etage tiefer. Und damit beginnen die Schwierigkeiten, weil wir nicht auf die andere Seite kommen. Hey, Marci ist dein Problem. Er muss erst mal durchschnauben. Was? Jetzt soll ich machen was? Was soll ich machen? Digga, was wolltest du noch mal von mir? Ich hab's wieder vergessen. Erzähl doch mal, ich hab's vergessen. Ich denk mal... Hä, ist da auch einer gefallen? Bist du bescheuert? Okay. Bitte ihn, sich anzuschließen. Ja! Sehr gut! Wir haben einen neuen in unsere Crew. Rein mit dir ins Loch. Ab in die Olga. Tja, das mit der Olga hat sich ja nun tatsächlich leider erledigt. Ähm. Geil, lass uns nach Hause gehen. Waffen oder Munition herstellen. Und gucken, dass wir vielleicht den Gemüsegarten ein bisschen klarer kriegen. Geil. Dritte Person jetzt. Oder nee. Ja, drei Crewmitglieder haben wir jetzt mittlerweile. Und ich wollte auch diesen Rattenfänger mithaben. Das wäre natürlich auch mega geil, wenn wir den auch nochmal rankriegen. Dann haben wir eigentlich auch schon so eine ziemlich coole Crew, womit wir ja diesen Überfall starten können, damit wir Tatjana rankriegen. Geil. Okay. Frag nach dem Spiel, oi. Sлушай. Die Spiel, das habt ihr eigentlich mit. Die Spiel, das habt ihr eigentlich mit. Die Spiel, das ist ein Storikan. Na Brodiago, wie du siehst. Ich habe sonst nicht so gemacht, aber hier, in der Zone, wir können die Klienten nicht wählen. Ich habe das gemacht, was Sie besuchen haben, ich habe das Glauben. Ich habe das Glauben. Die Geschichte. Frag nach dem Spiel. Ich habe gesagt, du willst jemanden. Was? Das ist natürlich nicht dein Bruder. Okay. Okay. Ein bisschen mehr. So, dann zeig mal her, was es uns erreicht. Alle haben es geschafft. Munition haben wir neu gekriegt. Aber auch nicht viel, finde ich, ne? Medikamente auch nicht sehr viel, finde ich. Und er ist neu dazugekommen eben. Sehr gut. Sehr gut. Essensration verteilen. Jeder kriegt eine Ration. Danke der Nachfrage. Ja, was? Zu wenig Betten? Oder stand er gerade? Da müssen wir noch einmal Betten bauen. Das ist doch kein Problem. Tja, das Haus da unten, das ist ja sehr neugierig jetzt, ne? Was ist das? Das Krankenhaus? Ne, das ist nicht das Krankenhaus. Ich wüsste jetzt gar nicht, was das Krankenhaus ist. Egal. So. Betten. Wir brauchen Betten. Das ist eigentlich nur so eine Gemütlichkeitsecke gewesen. Lass uns Betten aufstellen. Wow, die chillen hier wirklich auch überall rum, die Jungs, ne? Nice. Okay, die treiben sich hier weg. Lass uns mal ganz kurz eben schnell... Das halte ich jetzt gerade sehr für wichtig. Und einmal noch. Sollte lange. Gott. Betten aufstellen. Ich finde es doof, wenn man da oben reinkommt und direkt Betten hat. Aber hier könnten wir auch noch mal eine gemütliche Couch machen, weil es sowieso hier gerade sehr gemütlich ist. Möbel in Genolitron. Ey, das ist ja auch gar nicht nur so schlecht. Das machen wir auch noch mal. Warte mal, das machen wir gleich. Eben einmal... ... die Betten. Wow. Nicht schlecht. Warte, warte, warte. Ähm, wo sind denn die Betten? Oh. Was? Licht. Sollte schön aussehen. Egal. Äh, bei den Schlafecken wird das ziemlich cool aussehen, glaube ich, ne? So ein Genobelid-Licht. Ist ja nun mal eben halt eine Energiequelle. So. Betten. Fuck, wo sind die Betten? Das sind Wände. Das ist Deko. Das ist Deko. Das ist Kammer. Wo finde ich die Kack-Betten? Da sieht man, Basis-Verbesserung. Hier. Ey. Wollte eigentlich jetzt mal... Warte mal, oder? Wenn man hier so ein Doppelstock-Bett drin braucht. Geht uns Pilze zu. Immer die Pilze, ne? Da haben wir überall Chaos verschaffen. Ja, aber jetzt haben wir... Digga, es ist genügend Betten. Wir haben ein Bett jetzt noch. Da kann es nicht immer nett muckeln. So ein Couch. Ja, das passt, ne? Garten. Aber ich denke mal, dass ich nicht genügend... Scheiß dabei hab. Was? Nein. Was? R2, D2. Bauen. Bauen, bauen. Oder war es hier? Ja. Selbst da zu führen, die Pilze, ne? Für so einen Gemüsegarten. Scheißdreck. Kräuter haben wir genügend. Ähm... Gut. Ich denke mal, die Base haben wir tutti frutti gekriegt. So viele Leute, wie wir eben halt haben. Drei Mitglieder. Das ist sehr nur beliedlich. Das sieht doch gemütlich aus. Die Puppe total erst. Ich finde die Base wert, ne? Finde ich richtig schön irgendwie. Man könnte hier nochmal irgendwie so eine Mauer entstellen, aber dafür brauchen wir... Haben wir... Haben wir die Möglichkeit auf so eine Wand? Nochmal schnell. Dass wir das so ein bisschen intimer machen können. Für denjenigen, der hier seine Ruhe finden soll. Ein paar Wurzeln machen. Genau so. Oh, das war's. Willst du mehr brauchen? Ja, wir brauchen noch eine Pilze. Aber hier könnte auf jeden Fall noch ein Bett nachher in die Ecke rein, ne? Ja, wir passen hier noch wunderbar durch. Läuft. Eine Wand wäre noch super. So ein bisschen angeschrägt oder so. Keine Ahnung. Oder nochmal eine ganze Wand so. Das ist gut, was du denkst. Schön sieht das aus. Also, Königchen. Das war's, Freunde. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass wir uns reinschalten. Und bis zum nächsten Mal. Und tschau mit V und tschau mit Ul. Und küssen aufs Nüsschen, Rötzchen und tschau.